Xi Xiao, die neue Nummer 1 des TTC Grenzau, wird heute 28 Jahre alt. Seit einem Jahr ist der chinesische Meister von 78 und 79 mit der Ex-Weltmeisterin Kao Yan Hua verheiratet. Auch sie spielt in der Bundesliga bei Donauwürde. Die ersten zwei Jahre spielte er beim TTC Grenzau in der 1. Bundesliga. 1988 gewann man den Europapokal der Landesmeister. Xi Xi Xiao kam 1989 aus Grenzau zum Post SV, wo er drei Jahre aktiv war. Danach ging er für vier Jahre als Trainer nach Bremen. Seine Trainerkarriere setzte er ab 1998 in China fort. Zuerst als Co-Trainer bei den Damen und danach als Co-Trainer bei den Herren. Von 2005 bis 2012 war er Cheftrainer bei den chinesischen Damen. Mit denen er unter anderem Gold in der Mannschaft holte. 2013 wurde er Dekan an der Tischtennisakademie in Shanghai. Im gleichen Jahr wurde er zum Vizepräsidenten der ITTF gewählt. dem Band im Spiel auf Englisch-Programm. Die dritte Ebene von Pfle schief demasiat. Höart der Einschärmung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.